Ähm, so. Ja, jetzt, Alter. So, jetzt ist die Musik auch ein bisschen leiser. Weil bestimmt da wieder so ein scheiß Vieh ist. Nö, nicht amol. Alter, ich muss da nicht hin. Du bist doch so scheiße Doom, oder? The meaning of pain. Ja, ähm. Jetzt bin ich also hier und muss laut Adam Ries und Eva Klein den Stromkreis wiederherstellen. Und warum kommt da kein Vieh? Wunder mich immer, wo das Vieh bleibt, wo eigentlich da sein müsste. Öffne das. Ja, öffne. Oh, du bist so Doom. Ich weiß mal, ob irgendwas passiert ist, oder so. Nein, alles noch. Vor der Tote und Monster. Gut, so muss es sein. Hä? Ach so, da muss es rein. Ich hätte bestimmt noch das, wo da hinten nehmen können, aber das ist mir jetzt völlig egal. Oh, schnell da rein, geh auf. Oh, hä? Terence! Mein Name ist Terence Kyle. Dr. Kyle. Sie haben nicht viel Zeit. Wenn du, wenn du wirklich reparieren kannst, dann gibt es eine bessere Verwendung dafür, als zu flüchten. Okay. Ach ja, der Marker, der Todesmarker, der schwarze Marker des Todes, oder so. Was? Hat der gerade nicht Kiri gesagt? Ich glaube schon. Dann muss es ja nicht wichtig sein, dann kann es nicht wichtig sein, meine ich. Let's lay out. Okay. Hey, geil! Geh, äh, Geräusche. Gegenstände wollte ich gerade sagen. Geräusche südlich von hier. Das muss ich mir mal anschauen. Ach, nicht Dusche wieder, oder? Guck mal, die Fresse, ey. Ich hab keinen Bock auf die hässlichen, kleinen, ekligen, komischen, krabbelten Viechern. Und auf dich besonders auch nicht, ey. Hallo? Hallo? Ich hab dreimal auf dich geschossen, du musst tot sein. Mach das Ding auf und nimm's einfach und renn weg. Oh, das Ding ist gut. Werkpunk. Werkpunk. Ja, ne, Werkpunk ist immer gut, ey. Kapitän. Nachladen. Brauch ich sowieso nicht, also brauche ich meine Rick auch nicht besser. Chinese, ne, Stasi. Dann hau ich doch mal Chinese mal ein bisschen höher. Ach, ach, ne, Impulsgewehr. Oh ja, da muss ich schauen, erst mal. Schön. Jetzt hab ich auch wieder Scheißdreck und so. Na, was ist denn jetzt schon wieder los? Er gesplätscht. Man muss solche Musik kennen, wenn man sowas spielte. Achso, ich zumindest. Wir haben Feinde an Bord. Das wäre bestimmt scheiße klingen, was ich jetzt gerade gemacht habe, aber das ist mir vollkommen wurscht. Und jetzt da hinten ist so eine Schießübung. Ach, warum nicht? Und davon gibt's, ich glaube, zehn Level oder so. Genau, es gibt zehn Level davon. Und wenn man das schafft, bekommt man irgendwas cooles. Ach ja, ich hab keine Ahnung, was man bekommt. Entweder eine Energieknoten oder, ähm, weiß ich nicht. Level zwei. Ah. So, jetzt brauch ich 1200 Punkte. Jetzt ist es alles schneller und so. Okay. Und das alles? Äh. Und wenn man, ich glaube, ich habe aber jetzt keine Geduld, da alle, ähm, zehn Level zu machen, wo es da gibt, da bin ich einfach zu faul dafür. Äh. Äh. Ja, das ist schön. Nicht? Genau. Ist mir egal. Ich gehe einfach so, hey cool, ich gehe einfach so zu, obwohl ich, da hinten was sehe, ist mir aber egal. Da gehe ich nicht hin, weil ich cool bin. Ich mag das nicht, wenn man, cool schau. Der hatte sein Bein noch in der Hand, wie er es gerade abgefallen ist oder so. Ich mag das Spiel so wenig. Ich erlöse dich, Kumpel. Ach, warum nicht? Bis bei Bies. Yeah. Das hat's gerade voll weggesplattert. Das konnte ich mir holen, oder? Medipack Ross. Schön. Okay. Haha, du hast mich nicht geschrocken. Ich will nicht sterben. Okay. Was mache ich hier? Ich renne in die andere Richtung. Ich kann dich nicht hören. Oh Gott. Äh, nicht gut. Haha. Schock steht mir im Leib geschrieben. Hey cool, speichern. Guys, speichern. Ich liebe speichern. 2 Stunden, 41 Minuten. Ich werde trotzdem weiter singen, auch wenn es nicht schön ist und keinem gefällt. Und wahrscheinlich auch jeder deswegen abschalten wird, weil ich hier rumsinge. Zu einer komischen Band, die bestimmt keiner kennt da draußen. Außer die richtig coolen Metalheads. Aber ich glaube, Slayer kennt jeder. Slayer ist so geil. Was war hier nochmal? Das kenne ich gar nicht mehr. Warum kenne ich das hier nicht mehr? Oder war hier nicht irgendwas? Das ist dick. Das ist glaube ich hinter mir oder so. Ach so, kleines Vieh. 3, 4. Ja, ja, das ist schnell. Das ist mir schon klar, dass das schnell ist. Aber, ist hinter mir irgendwas? Hinter mir ist doch nichts. Ja, super, das ist auch nicht irgendwer, Schlimmer oder so. Ach so, es sind viele von denen. Na dann ist das... Ah, jetzt kommt man sie. jetzt schießt der gleich auf mich und trifft mich, weil ich cool bin. Na, komm schon her. Hallo. Ja, hallo, win, würde ich mal sagen. Aber, epic win, hey. Ach komm, ich bin jetzt Rambo. Oder auch nicht. Die sind echt schön schnell geworden, die Viecher. Ja, wer für Komma denn da noch? Die Viecher sind cool. Geht doch. Ist alles böse jetzt aus dem Raum draußen? Ne. Weil ich bin noch drin. Und ich geh noch nicht raus aus dem Raum. Hey, cool. Äh, Ripper ist scheiße. Hey, ein Shop. Eh, ach so, das ist bloß ein Fuß. Ich will doch kein Textlog lesen, hey. Ich schlachte mich hier durch 50 Viecher durch und was mache ich am besten danach? Einen Textlog lesen. Ja, warum auch nicht? Ja, Medipack, gross. Grosses Medipack. Halbleiter Gold kann ich wegschmeißen. Luftkanister brauche ich sowieso nicht. Stays, na. Plasma-Energie? Nein, ich hab ja aus Versehen. Cheat aktiviert ich nie mehr rausbekommen. 65.000, hier wird immer mehr. Geil. Impulsgewirr, ist schwul. Hä? Strahlenkanone ist aber, aber obwohl, aber obwohl, ich kaufe mir doch langweilig gleich die Strahlenkanone. Da ist eine Kanone. Nein, das ist schwul. Was braucht denn die Strahlenkanone? Ah, ja, die braucht sowas. Hab ich gerade verkauft. Gut. Und, ich kaufe mir noch ein grosses Medipack, das 10.000 kostet. Na, das kaufe ich mir nicht. So, da habe ich mir lieber zu Frutzen und die Schäcke. Hä? Ist das so? Ist es eise? Das ist meine Waffe, oder? Und jetzt so. Boim. Das ist, glaube ich, eine Bombe oder so. Ja, eine Bombe ist das. Am besten gehe ich mal von einer Bombe weg, weil das eine Bombe ist. Und eine Bombe geht mal hoch irgendwann. Ich probiere mal mit dem. Oh Gott, das Hose tut gerade scheiße weh. Achso, ah, Speicherpunkt, hinrennen. Ich mag den Splicer nicht. Ich kann mir nicht helfen. Ich mag den einfach nicht. Also, ich habe mir jetzt gerade ausprobiert, gerade getestet, ganz lange, und ich mag ihn einfach nicht. Na, das ist nicht, na, na. Und warum leckt denn das so schwul jetzt? Oder wollte ich mal kurz? Ach gut, warum nicht? Ein kurzes Break machen für Musiker.